ja und somit herzlich willkommen zurück zu radio not wir müssen hier gleich ein bisschen mit einem fliegenden start anfangen da wir es heute mit einem ammo club zu tun haben und um möglichst wenig sie will opfer zu vorn gehe ich hier gleich ein bisschen zackig rein ja man hört es es geht um es geht um es geht um ... zu hohen. Beobacht das. Trailer ist in der Zeit. Procedere mit Beobachtung. 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 Beobachtung! 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 Kuhn Center! Beobachtung! Kuhn Center! Restrain targets. Provide cover. siens通ere. Restrain targets. Counting customer. Restrain targets. Das Leidding ist natürlich nicht so gut, aber da kann ich jetzt nichts dran nehmen. Und ich glaube ein Opfergabe. Wie ich das so sehe. Aber nicht mehr. Und das wäre ja eigentlich ganz zu begrüßen. Okay, das war ein schneller und leicht Zugriff. Das sah zumindest so aus. Den haben wir draussen. Hier gibt es sonst niemanden. Den haben wir auch. Es versteckt sich niemand irgendwo. Zwei hier haben wir auch. Mir fehlt der noch. Sorry. Einer wurde gekillt. Doof. Aber trotzdem lief es ganz okay. Okay, zwei Zivilisten wurden gekillt. Naja, nicht ganz so gut. Das war jetzt eine recht kurze Folge. Dann würde ich sagen, wiederholen wir das Ganze nochmals und schauen, ob wir das besser hinbekommen. Mit einem noch schnelleren Zugriff. Vielleicht mit den... Wie heißt es? Flashbang werfen, äh, Kranat werfen. Roger, ich komme zu dir. Talk reporting. Top two elements. Negotiations have failed with the active shooter. Make entry and clear the area. Halt! 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 Desweise sind die Stingers und klicken gerade. Getting in there now! Down your knees. Police! Get down! Get on the ground! Now! Getting on your knees. Drop your weight! Drop your weight! Drop your belly! ...hands up now! Drop your knees! Provide cover. Roger, on the move. Get down. I want to be with your hands. Hands up. Drop them. Get down, hands up. Down on your knees. Put your hands up. Put your hands up. Abonniert die Hände! Geh aus! Geh aus! Geh aus! Auf! Geh aus! Geh aus! Geh aus! Geh aus! Geh aus! Wo ist der andere hin? Der ist abgehauen. Ich sage euch, der wird uns noch überraschen. Ist das wirklich klar? Ist das wirklich weg? Um, was geht's? Okay, oder was ist doch der? Wahrscheinlich doch. Okay, ein Civilist fährt noch. Es sieht zumindest so aus, als ob es besser lieb. Rescue all the civilians. Hier hinten ist niemand. War zumindest ein schnellerer Zugriff. Aber jemand fehlt noch. Den haben wir, hier war nur er. Hier war niemand. Die drei haben wir dort hinten auch. Oder zwei. Ne, drei glaube ich. Drei. Den haben wir auch. Wenn ich den hier wohne. Ja. Ja. Okay, das lief jetzt viel besser. Und noch schneller. Aber diesmal waren es. Es waren auch zwei. Nice. Das lief gut. Keine Opfer. A plus. Nice. So muss es immer laufen. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Radio Not. Haut rein. Bis dahin. Und bis dahin. Ciao. Bis dahin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020